Für einen Arzt ist es eine tolle Arbeitsmöglichkeit, in einem Team zu arbeiten, einen guten Salär zu haben, eine moderne Medizin zu machen in einer sehr gut ausgerüsteten Praxis. Es ist alles da, was man braucht und Technik, aber das Wichtige ist, dass wir im Team zusammen arbeiten. Die Teamarbeit hat grossen Stellenwert. Wir haben jeden Tag Sitzungen, wo wir schwierige Patientenfälle besprechen, wo wir einander helfen, einander unterstützen und somit auch knifflige Probleme lösen können.